Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Assassin's Creed 2. Wir sind nach einer rasanten Verfolgungsjagd in For Lee angekommen. Und ja, ich würde sagen, wir holen zuerst mal den Aussichtspunkt, dass wir wissen, wo wir überhaupt hier sind. Und ja, ich würde sagen, wir sehen, wir sehen, wie wir hier sind. Und hier wäre Aussichtspunkt Nummer 2. Ähm, wo geht es als nächstes hin? In die Stadt selber. Hier gibt es nämlich eine Codexseite, wo ich sehe, und ein Assasinengrab. Das holen wir doch gleich mal mit, bevor wir nach Venedig gehen. Ja, das hier ist Aussichtspunkt Nummer 3. Dann zeig mal her. Tja, was hat sich jetzt getan beim Aufdecken? Ah, da hinten ist noch eine Codexseite und noch ein Aussichtspunkt. Aber jetzt holen wir zuerst mal da unten die. Okay. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Nein, verstanden. Geht vor. Lasst es sich spüren. Und die zweite Seite. Sehr schön. Es ist die Frage, kommen wir jetzt schon da hoch? Oder müssen wir erst Venedig abschließen, um hochzukommen? In meinen Augen bist du kein Künstler, sondern ein Nervensäger. Welche Meraviglia, das ist Figol! Okay. Nein! Verdammt! Oder so. So scheint es zu gehen. Ah, da geht es hoch. Oh nein, oh nein, oh nein! Ich hoffe, ich habe wenigstens den Aussichtspunkt jetzt behalten. Ja, greift sie mal an. Okay. Und wieder eine Codex-Seite. Sehr schön. Oh nein, oh nein, oh nein! Okay. Dann holen wir da hinten die noch. Ist zwar nicht der, den wir markiert haben, aber der liegt auf dem Weg. Oh nein! 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 was sehen wir hier im moment nix nur den aussichtspunkt da drüben und da oben dann holen wir die mal noch er ist ein bisschen herausfordernder der turm glaube ich als die anderen muss man ja auch noch springen um hochzukommen und Dann gib mir mal den Durchblick Okay, der nächste ist da drüben Und da wären wir, die Kirsche, der nächste Aussichtspunkt Und jetzt auf zum letzten Und da wären wir Der nördlichste Aussichtspunkt ist natürlich nichts geringeres als der Neusturm Und da wären wir Damit hätten wir alle Aussichtsposten in Folly gesammelt Als nächstes ist das Assassinen-Grab dran Aber da machen wir beim nächsten Mal weiter Wenn euch das Video bis dahin gefallen hat, dann liked, teilt, abonniert und kommentiert Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal Ich bin Superswade, euer freundlicher saarländischer Let's Player von ehemann Und tüdelü Ich bin Superswade, ich bin Superswade, ich bin Superswade